Ja, wie geht's weiter? Sind wir hier richtig? Ich weiß es nicht. Oh ja, ich glaub schon. Hast du schon irgendwie einen Plan? Möchtest du irgendwie Wirtschaftsingenieurwesen und Mountainbiking dann auch irgendwie beruflich integrieren irgendwann? Das ist definitiv eine Option. Also wie gesagt, ich habe jetzt zu meinem Sponsor Canyon sehr engen Kontakt. Witzigerweise ist auch der Entwickler von meinem Rad, ein Kumpel kann ich sagen, der ging bei mir auf die Schule allerdings schon 15 Jahre bevor ich dort hinkomme. Und wir haben uns dann in Koblenz bei Canyon wieder getroffen. Und der hat mir zum Beispiel auch schon angeboten, eventuell bei ihm die Bachelorarbeit zu schreiben. Sowas ist natürlich cool und da habe ich schon auch wirklich gute Insights. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich jetzt den Sport noch eine Weile mache, dass ich vielleicht auch denke, okay, jetzt reicht es mit Radfahren. Und ich mache was ganz anderes. Schreiben wir schon oder so. Okay, cool. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. ной Kanal! 05 05 05 06 06 05